Was ist denn ein Regiefehler? Ich muss den Job gerne machen, aber ich muss ihn natürlich übernehmen und damit auch Herrn Brandt entschuldigen, weil er heute arbeiten muss. Wir haben es sonst natürlich ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, aber ich hoffe, dass ich trotzdem dem Werk gerecht werde. Und es ist ein Vergnügen, dazu ein paar Worte zu verlieren, weil Herr Hüßmann wirklich einen extrem beachtlichen Beitrag geleistet hat. Und was Besonderes auch in der juristischen Auseinandersetzung. Sie selbst kennen wahrscheinlich alle diesen kuscheligen Panda-Bär. Es ist nach Aussage der Marktforschung das fürchtglaubwürdigste Markenbild der Welt. Und Wilfried Hüßmann hat einiges dafür getan in seiner Langzeitrecherche, diese schmutzige Welt hinter dem sauberen Panda genauer zu betrachten. Und hat untersucht Abgründe, Lügen, aber auch eine gigantische Camouflage, die sehr geschickt inszeniert ist. Und das hat er getan, meiner Ansicht nach, mit einer unglaublichen Faktensättigung, präzise wie ein Uhrwerk und mit einer wirklich lang ausdauernden Form. Sie müssen sich den Film auch nochmal ansehen, dann sehen Sie, welche Stationen er bereist hat und wie lange er auch vor Ort war. Seit der Gründung 1961 hat der WWF wirklich eine mächtige Lobbystruktur aufgebaut und kassiert jährlich 500 Millionen Euro Spenden, damit sie nur ein Gefühl dafür haben, mit wem man es zu tun hat. Ich habe immer versucht, mit sachdienlicher Hilfe meiner 90-jährigen Nachbarin, mit der ich fünf Stunden über das Buch nachher diskutiert habe, rauszufiltern, was bemerkenswert ist. Und zwar, meiner Ansicht nach, ist das Besondere, dass Herr Hüßmann in eine perfekt abgeschottete PR-Welt des WWF eingedrungen ist. Das hört sich so harmlos an, aber normalerweise kommen Sie nicht da rein. Und man kann sich auch zu Recht fragen, warum bisher immer nur sehr positiv formuliert worden ist über den WWF und niemand dieses große Abenteuer unternommen hat. Er belegt, meiner Ansicht nach, eine ständige Gratwanderung zwischen Engagement und Käuflichkeit dieser vermeintlichen Vorzeigeorganisation. Der zweite wesentliche Aspekt für seine Leistung, am Fallbeispiel des WWF, zeigt Hüßmann, wie heute Greenwashing, also das Umschminken von industrieller Produktion oder Wirtschaftskraft, in eine angeblich ökologisch sinnvolle Tätigkeit passiert, wie diese PR-Maschinerie funktioniert. Und in seiner WWF-Story ist ein fulminantes Dokument der Macht und zeigt, wie die Seilschaften, wir haben eben im Film einige Kostproben gehabt, wie diese insgesamt gesteuert wird und wie so ein Konzern dann in der Öffentlichkeit entsprechend auch die Politik der Industrieunternehmen macht. Das dritte, was wichtig ist, Hüßmann macht da weiter, wo andere aufhören und bringt WWF-Akteure zum Sprechen, die wirklich etwas zu verlieren haben. Ein wunderbares Fallbeispiel ist einer Lachsfarm, ein Gewerkschafter, der wirklich sein Leben riskiert. Das sind authentische Dokumente, die man selten findet. Viertens, und das ist was Neues, was ich auch dazu gelernt habe, man hat eine Methode angewendet, indem er Rechercheure, die früher schon über den WWF gearbeitet haben, noch einmal aufsucht, zum Beispiel in Irland. Und diese Menschen, die mit ihren Recherchen nicht durchkamen, hat er sich das Material genau angeguckt und das quasi noch einmal gehoben und hat auch profitiert, das neu eingeordnet, systematisiert, eine, finde ich, in der ganzen Recherchekultur unterschätzte Qualität, die gleichzeitig zeigt, dass oftmals wichtige Autoren, wenn sie alleine sind, totgemacht werden oder auch kaputt gemacht werden. Und das ist der fünfte Punkt, die Summe meiner Ansicht nach, der entscheidende Befund ist seiner Arbeit, er richtet mit seinem Film und seinem Buch, dem Blick auf den WWF, auf eine Nichtregierungsorganisation, wo man gerne mal vorbeischaut und eine sogenannte NGO, die längst von mächtigen Industrie- und Lobbyorganisationen als Hebel und Instrument benutzt wird. Das wird im Journalismus allgemein unterbelichtet wahrgenommen. Dass es mittlerweile eine Sozialtechnik ist, mit großem Aufwand, NGOs zu instrumentalisieren und man könnte über die Demokratiefrage auch in Vereinten Nationen, was die Repräsentanz angeht, von NGOs viele Fragen stellen. Viele Medien schauen hier weg, aber lassen sich blenden oder einlullen. Wer fragt schon nach, wie die Greenpeace-Rechercheabteilung es schafft, auch Filme in der ARD, in den Magazinen zu platzieren? Wer fragt wirklich nach, wie etwa die ganze Patenschaftspolitik läuft, von mächtigen Wohlfahrtsorganisationen, ob es diese Patenkinder überhaupt gibt? Und wer fragt nach, was Transparenz eigentlich wirklich bedeutet, wenn es nur ein Klischee ist? All diese Fragen werden meiner Ansicht nach mit dieser NGO-Kritik von Ihnen aufgestoßen. Ein großes Tor wird aufgestoßen. Ich kann in der Kürze der Zeit in die Fallbeispiele nicht nennen, aber spannend ist ganz besonders die Palmölplantagen, wo wirklich ganz anschaulich vermittelt wird, wie die Doppelbödigkeit des WWF aussieht, der einerseits Spenden kriegt für die großen Tiere, Orang-Utans, die man dort werbemäßig einsetzt, aber gleichzeitig auch zulässt und mit Firmen paktiert. Oder aber, was sehr schön ist, auch die Macht von Monsanto im ganzen Gen-Saatgut, das wird detailliert gesehen. Der letzte Punkt, was man lernen kann aus diesen Recherchen, ist folgendes. Man muss nicht nur die Arbeit machen, durch die halbe Welt reisen, die Leute öffnen und systematisch arbeiten, man muss auch Prozesse durchstehen. Das wird allgemein vernachlässigt. Man könnte fast die Faustregel aufstellen. Heute sind Recherchen dann besonders, wenn sie juristisch groß angefeindet werden. Das ist natürlich eine Paradoxie, aber es stimmt sehr viel dran. Je stärker die angegriffenen Organisationen, in diesem Fall WWF, agiert und mit der Form der Eindruckserweckung arbeitet, Eindruckserweckung, indem man sagt, man hat diese und jene Aussage schon unterbunden, versucht man Landgewinne zu machen. Aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Befund am Ende, stimmt es, dass alle ihre Aussagen vom Landgericht Köln in vollem Umfang aufgehoben worden sind. Also diese WWF-Anschuldigungen, sie konnten alles so lassen, wie es war, bis auf marginale Kleinigkeiten. Also eine riesige Recherche, ein toller Film, ein exzellentes Buch, das Sie lesen müssen und dann noch ein Riesenkampf gegen die Justiz, der gewonnen worden ist im Namen der Jury. Chapeau, herzlichen Glückwunsch zu dieser Großleistung. Sie sind vor der Machtmaschine WWF nicht eingeknickt. Danke. Ja. Super, brauche ich sehr. Ja, ja klar, alte Bekannte. Wie viel kommst du noch mit? Ja. Also es war ja klar, dass das Ganze für den WWF ein PR-Desaster werden würde. Wie sichert man sich eigentlich als freier Autor juristisch ab? Indem man das ganz marktunkonform nicht anbietet, dem WDR als Produzent, was ja heute üblich ist, sondern sagt, früher war ich doch auch ein ganz einfacher Autor bei Monitor und bei anderen Sendungen. Ich möchte das lieber als Eigenproduktion des WDR. Und da habe ich natürlich schon auch im Hinterkopf gehabt, dass der Panda eher wie ein Tiger reagieren wird auf die Ergebnisse dieser Recherchen. Und insofern gibt es eine sehr exzellente Unterstützung durch die Redaktion. Thibet Sinner ist auch hier der Redakteur, der auch viel ausgestanden hat. Mehr nach der Erstaufstrahlung als vorher. Ja, das sagtest du gerade auf der Bühne, dass es da schlimm wurde. Ja. Ja. Jetzt wollte ich eigentlich Details haben. Also hat man dich zum Beispiel bedroht oder jetzt einfach kalte juristische Maschinerie angeworfen? Also man hat mich nicht mit einem Killer bedroht, aber mit dem begnadetsten Rechtsanwalt Deutschland, Professor Scherz aus Berlin, der auch andere wichtige Institutionen dieser Republik vertritt, wie einige Freunde von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Der hat, ist fertiggebracht, manchmal zwei Briefe, habe ich gefunden in meinem Postkasten morgens, wo drin stand, bis morgen Mittag um 12 Uhr setze ich Ihnen eine Frist, dann müssen Sie mir versichern, dass Sie nie wieder, Frau Deute-Bieler, die Sie eben auch kurz genossen haben, dass Sie diesen Namen nie wieder nennen und nie wieder zitieren aus dem Interview, was Sie mit ihr geführt haben, weil ich habe ein Gutachten einer Psychiaterin, dass Sie bei ihr ein Trauma ausgelöst haben und wenn Sie das nochmal, zum Beispiel, also da hatte ich immer einen halben Tag Zeit, das zu überlegen, ich habe es dann dem Rechtsanwalt weitergeschickt, des WDR, aber es ist trotzdem in dem Moment, erschrickt man erst mal und ist es ein Schock, ja. Ja, und jetzt ist erst mal so ein Etappensieg, du hast gerade auch gesagt, dass die Gegenseite möglicherweise in Revision geht, eine unendliche Geschichte. Ja, die einstweigen Verfügungen sind ja jetzt zurückgewiesen vom Kölner Landgericht, aber man kann in die Berufung gehen, man kann auch in die Hauptsache gehen, damit ist durchaus zu rechnen, aber wir wissen es nicht. Vielleicht ist ja auch der Kollateralschaden, den der WWF selbst angerichtet hat und der begnadete Rechtsanwalt so groß, dass sie sagen, dass Schaden ist. Hatte es Auswirkungen auf das Spendenaufkommen, weißt du da etwas drüber? Ich traue keiner Zahl, die diese Organisation rausgibt und die haben ja hinterher gesagt, haben zwar zugegeben, dass sie ein paar tausend Mitglieder verloren haben, aber auch gesagt, dass das Einkommen in Deutschland jetzt nur, die Einnahmen höher sind hinterher als vorher. Eine Art Schulterschluss, ja. Aber man weiß nicht, woher das kommt. Die haben ja auch Spenden, sind ja auch Industrie-Spenden, das gilt ja auch als Spenden. Und Krombacher rettet ja gerade den Orang-Utan wieder zusammen mit dem WWF und hat übrigens auch gerade eine Journalistenreise des WWF finanziert, eine Luxusreise quer durch Indonesien zu den Schauplätzen des menschen- und tierfreundlichen Wirkens des WWF. Alles bezahlt von Krombacher zu 100 Prozent, aber es durfte nicht jeder mit, ich zum Beispiel durfte nicht mit. Und da gab es auch einige recht positive Artikel, die hinterher erschienen und ich muss auch sagen, man ist selber auch nicht immer geschützt gegen die Korruptionsversuche so einer mächtigen Organisation. Bei meinem Antrittsbesuch in Glan am Genfer See, als das alles losging, da hat mir der International Artenschutz-Chef Rob Sauter aus Südafrika gesagt, oh, wir unterstützen das. 50 Jahre WWF, toller Film. Ich persönlich werde mit dir auf dem Rücken eines Pferdes, also zwei Pferde, in ein Löwenreservat in Namibia reiten, das ist das Tollste, was es gibt. Wir geben dir HD-Material, hochwertiges Filmmaterial, alles umsonst, wir organisieren die Reise. Und wenn ich manche Produkte auch in der ARD angucke, über Waldprojekte, sagen wir mal vorsichtig, oder Naturschutzprojekte, da sehe ich diese Bilder, da sehe ich die Handschrift des WWF und da sehe ich x Interviews, die nicht kritisch hinterfragt werden, wo WWF-Leute ihre Arbeit anpreisen und noch mehr Werbung machen für noch mehr Spenden. Das ist auch eine Form der Korruption, aber auch eine Folge des Verzichts auf eigene journalistische Anstrengungen in den Redaktionen. Man muss sich ja auf sowas nicht einlassen, aber wenn man die kleinen Autoren und auch die kleinen Produzenten verhungern lässt, dann kommen die auf diese Idee, sich das von den Leuten finanzieren zu lassen, die sie kritisieren wollen. Es gibt noch Inseln der Seligen. Ich muss ein kleines bisschen dämpfen, es gibt noch Inseln der Seligen. Das habe ich auch gar nicht bestritten, aber es gibt solche Beispiele. Ich will das auch gar nicht schwarzmalen jetzt, ich bin ja natürlich auch der ARD dankbar, dass sowas überhaupt möglich ist. Das war ja, ich sage mal, eine Recherche von fast einem Jahr. Meine Damen und Herren, ein Spezialist für Greenwashing, das haben wir jetzt heute Abend schon öfters gehört. Vielen Dank, Wilfried Hüßmann. Klatschen Sie. Applaus Klatschen Sie. 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 Klatschen Sie.